Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Videotraining Malen mit dem Tablet. Mein Name ist Roger Hassler, ich bin Grafikdesigner, Autor und Dozent für Airbrush und Digitalpainting und zeige Ihnen, wie Sie mit Ihrem iPad oder Android-Tablet malen und kreativ arbeiten können. Haben Sie sich schon mal gefragt, was Sie mit Ihrem Tablet auf dem Schoß noch so kreatives anfangen können? Ob Sie zum Beispiel im Zug auf dem Weg zum Arbeitsplatz etwas gestalten könnten? Diese Videos richten sich an alle, die mit Ihrem Tablet-Computer, egal ob iPad oder preiswertes Android-System, den Einstieg ins digitale Malen und kreative Arbeiten kennenlernen möchten. Grundkenntnisse werden nicht benötigt, aber die Lust auf kreatives Gestalten sollte dabei natürlich vorhanden sein. Zuerst zeige ich Ihnen, was Sie für das Malen am Tablet benötigen. Von den Eingabemedien bis zu den Apps. Dann führe ich Sie Schritt für Schritt mit Hilfe von spannenden Übungsmotiven in die Grundfunktion der Mal-Apps ein. Starten Sie in Sketchbook mit einer schwebenden Kugel Ihren ersten Farbauftrag. Lernen Sie bei der Realisierung einer Fantasy-Landschaft in Procreate den Wischfinger als Universal-Tool für Digitalpainter kennen oder kreieren Sie neue Science-Fiction-Welten mit Ebenen und Effektpinseln. Mit Photoshop Touch machen Sie mehr aus Ihren Urlaubsbildern und lernen die Composing-Techniken für unterwegs kennen. Oder starten Sie einfach wie gewohnt mit Ihren Bleistiftskizzen und nutzen Ihr Tablet mit Art Studio als digitalen Tuschkasten zur Kolorierung und Ausarbeitung. Zum Schluss gebe ich Ihnen Tipps und Tricks, was Sie mit Ihrem digitalen Gemälde alles noch machen können. Als Besonderheit zeige ich Ihnen auch, wie Sie 3D-Motive erzeugen, bemalen und im 2D-Malprozess weiter verfeinern. Unternehmen Sie mit mir Ihre ersten Schritte ins mobile Malen mit Ihrem Tablet-Computer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Videotraining Malen mit dem Tablet.